Musik Na, Buch ist natürlich ein verschlafender Ort im Norden von Berlin gewesen, da ist gar nichts passiert, bis Berlin sozusagen sich entschloss, diese Krankenhausstadt zu bauen. Und damit hat natürlich Buch einen Stempel bekommen, den als Krankenhausstadt. Der Senat von Berlin hat den Stadtbaurat Ludwig Hoffmann beauftragt, Krankenhäuser zu errichten. Das hat er dann auch gemacht und in den Jahren von 1902 bis rund um den Ersten Weltkrieg sind hier insgesamt fünf historische Krankenhausanlagen entstanden. Hoffmann hatte sozusagen die Idee, dass das Umfeld schön sein müsste, damit die Menschen wieder gesund werden. Ist ja was dran und ist ja auch schön. Schön geworden. Im Laufe der Jahre hat sich das Klinikum immer weiterentwickelt. In den 80er Jahren hatte es eine Größe von über 5000 Krankenhausbetten und galt damit als die größte Krankenhausstadt Eurasiens. Also bis zum Ural gab es kein größeres Krankenhaus. Helios hat das Klinikum gekauft, hat saniert und anschließend eben auch investiert in den Neubau, sodass hier an dem Standort jetzt ein Maximalversorger modernster Prägung entstanden ist. Gleichzeitig entstand ein großer Wissenschaftscampus mit dem Kaiser-Willem-Institut für Rundforschung in Steinwurfweite hier vom Klinikencampus entfernt. Und es gab schon immer eine sehr, sehr enge Verzahnung zwischen Wissenschaft und Praxis. Musik 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 Der Standort Buch, auch wenn er ein bisschen weit draußen liegt, ist natürlich eine der Perlen der Berliner Wissenschaft. Das zweite ist die Wirtschaft, die ist eigentlich nach der Wende ganz stark dazugekommen. Das dritte ist die Krankenversorgung und das vierte ist die Ausbildung, die hier stattfindet. Für mich bedeutet Buch Wissenschaft. Also ich komme hier zum Arbeiten und es gibt sehr viele Arbeitsgruppen, die ich kenne und die auch alle forschen an Krankheitsentstehung oder Krankheitsheilung. Und das ist natürlich auch mein Bezug Buch und Wissenschaft. Wir sind jetzt hier im Gläsermann-Labor. Wir versuchen eigentlich die Wissenschaft, die ringsherum passiert in den Laboren, für die Schüler transparent zu machen. Viele fragen wieso Gläsern? Gläsern einfach, dass man hierher kommen kann, mit Wissenschaftlern diskutieren kann und Experimente machen kann. Ja, also auch ich selber war unheimlich beeindruckt von diesem Wissenschafts- und Forschungsstandort und auch von seiner internationalen Bedeutung. Ich glaube, dass man das in Berlin noch nicht an jeder Stelle mitbekommen hat, was hier eigentlich los ist. Wir haben hier im Buch ja einen ganz großen Anteil an hochinteressanten Arbeitsplätzen. Aber bislang ist es offensichtlich so, dass nur sehr wenige Menschen in Berlin Buch auch tatsächlich wohnen. Warum das so ist, das kann man noch so ein bisschen erahnen, wenn man in dem einen oder anderen Teil von Buch ist. Unsanierte Ecken, auch eine Infrastruktur, die durchaus noch optimierungsbedürftig ist. Und durch unser komplexes Sanierungsprogramm versuchen wir eben einen Wohnraum zu schaffen, der so modern ist und der den Ansprüchen auch der Mitarbeiter hier am Standort entspricht. Wir versuchen also Wohnen und Arbeiten in Berlin Buch mehr miteinander zu verzahnen. Ich selber wohne bereits seit 19 Jahren in Berlin Buch. Das ist immer eine Entscheidung, wenn man als Mediziner irgendwo tätig ist. Ich habe ganz bewusst mich für Buch entschieden. Ich stamme aus Bayern. Buch hat einerseits einen ländlichen Charme. Ich wohne direkt am Park und habe damit die Chance im Grünen zu wohnen, aber habe natürlich die unmittelbare Anbindung in die Stadt und bin nah an meinem Arbeitsplatz. Ja, also wir wissen, der Buch steht für Tradition, Geschichte. Deshalb haben wir uns einen historischen Schulbus heute gemietet, um durch Buch zu fahren. Berlin Buch atmet Geschichte und atmet Moderne und gerade diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Altem und Neuem ist das, was Berlin Buch ausmacht. Wir sehen hier im Buch viel, viel Neues, das entstanden ist, zum Beispiel unser Klinikum. Wir sehen, was sehr viel an Altem bewahrt werden konnte, beispielsweise im Ludwig-Hoffmann-Park oder auch hier auf dem Kliniken Campus. Und wir sehen die hochmoderne Wissenschaft auf dem Forschungscampus. Und das alles in Verbindung macht einfach den Reiz vom Buch aus. Wir sehen uns im Handelschaffaden, vom Buch zu verbinden, bar10 und växtreffen, der Inhalte auf dem Buch aus. Dann wollen wir uns zwei, was aber auch überhaupt nicht. Und das alles in Verbindung aus. Wir sehen, was wir sehen, dass das zwei, was wir so überrascht. Und die Bruch ist heute bei uns gesagt haben, denn wir sehen, die Bruchatmappe… Und wir sehen, was wir sehen, Vor- und ein blögel, und wir sehen, sind wir sehen, können wir sehen, Untertitelung des ZDF, 2020